Hey du, willkommen zu meinem ganz neuen Let's Play. Ich freue mich so und wie du meine Stimme schon hören kannst, sind wir mit am Start mit einem ganz neuen Mikrofon. Ich liebe das Mikrofon, also mein altes hatte wirklich irgendwie einen Klatsch weg, leider. Warum auch immer, aber ich möchte nicht so viel rumschwafeln. Ja, ich habe dir ein kleines Intro zusammengeschnitten, was du immer vor den Folgen siehst. Da siehst du auch jetzt schon einen kleinen Einblick, worum es so geht, was für ein Spiel wir spielen. Denn ich habe mir ganz lange überlegt, was kann ich denn noch neben Sims spielen. Sims ist nicht jedermanns Sache und einfach ein bisschen Abwechslung reinzubekommen, mal was komplett anderes zu sehen. Dachte ich mir, komm, okay gut, spielen wir einfach das Spiel. Ich spiele es privat mit meiner Familie, beziehungsweise mit der Familie meines Freundes und wir sind alle begeistert. Kann man nicht anders sagen und da ich mich so ein bisschen auskenne, bin zwar kein Vollprofi, aber ich spiele es so, dass es mir Spaß macht. Ich es verstehe und ich denke einfach, um ein bisschen anderen Content zu bringen, ist das doch eine ganz coole Idee. Und ja, ich würde sagen, ab ins Intro und danach starten wir ins Let's Play. Und ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, dir gefällt es und wenn es dir gefällt, gib gerne ein Däumchen, schreib es in die Kommentare und dann sehen wir uns gleich. Bis zum nächsten Mal. Ja, da sind wir jetzt. Ich hoffe, man hört mich zum einen gut, nicht, dass die Hintergrundmusik zu laut ist. Wenn das der Fall sein sollte, versuche ich das natürlich beim Bearbeiten noch anzupassen. Wenn nicht, schreib es mir trotzdem in die Kommentare, bitte. Und ja, wie du siehst, ich spiele es schon ein bisschen länger. Ich habe in dementsprechend vier Charaktere und so könnte die Charakterin, wir werden eine weibliche Person erstellen, auch für unser gemeinsames Let's Play jetzt sein. Und ich würde sagen, ja, ich schnatter nicht groß rum, wir erstellen jetzt den Charakter. Ich werde ein bisschen was dazu erklären, weil es gibt bestimmte Völker und Klassenspezifikationen, so würde ich es bezeichnen. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ja, wie du siehst, es gibt fünf Völker. Wir haben die Char. Das sind so Tiger, Löwenartige Figuren, würde ich es jetzt mal so sagen. Dann haben wir die Menschen, wir haben die Norn, wir haben Asura und wir haben die Silvari. Alles sehr coole Klassen. Ich hatte bisher ein Silvari, ein Norn, zwei Männchen. Für unser Let's Play nehmen wir ein Norn. Und zwar dieses Volk von Hühnenhaften Jägern. Also es sind Jäger, die schon eine schwere Schlacht einstecken mussten. Und ja, du kannst ja das alles durchlesen. Damit nicht so viel Zeit vergeht, werde ich da jetzt nicht komplett drauf eingehen und immer nur kurz was anquatschen. Damit wir einfach nicht so viel Zeit verlieren. Dann gehen wir auf Weiter. Dann nehmen wir eine weibliche Person. Im Moment, ich muss das Kabel kurz mal ein bisschen anders hier legen. Nicht wundern, ich habe einen kleinen Zettel, damit ich nicht alles vergesse. Weil ich bin ziemlich nervös. Jeder, der Videos macht und dementsprechend auch weiß, wie sich das anfühlt. Beziehungsweise auch, wenn du eine Prüfung hältst. Du bist einfach nervös und deshalb hoffe ich, dass ich nichts Blödes mache. Ja, dann haben wir neun Spezifikationen. Und zwar haben wir eine Kriegerin, eine Wächterin und Widergänger. Dann haben wir Waldläufer, Diebe, Ingenieur. Eine Waldläuferin habe ich, das war die Lilane, die du schon gesehen hattest. Dann gibt es eine Nekromantin, Elementmagierin und ein Mesmer. Mesmer habe ich auch, das war die Silvarin bei mir. Und für unser Let's Play nehmen wir eine Elementmagierin. Weil ich habe das mit einer Freundin zusammen angefangen, so einen Charakter zu spielen. Und fand das einfach mega cool. Das hat so einen Spaß gemacht. Und die können halt mit den Elementen kämpfen, mit Wasser, Erde, Feuer und Luft. Allerdings muss ich hier mal ein bisschen bei mir den Sound runterdrehen. Oh, fällt das dezent ab. Ja. Und die erstellen wir uns jetzt. Du kannst viel einstellen. Du kannst die Größe, wie der Körper definiert ist, die Hautfarbe. Du kannst Tattoos machen, Kopfformen, ob es eher ein rundliches, eckiges. Du kannst Haarfarbe, Haare. Dann kannst du an den Reglern noch im Gesicht viele Sachen ändern. Nase, Mund, Kinn. Und kannst natürlich auch noch nicht Rüstung anpassen. Ich werde die Charakterin jetzt im Schnelldurchlauf erstellen, damit wir nicht so viel Zeit verlieren. Ich werde kurz einmal auf meinen Zettel gucken, nicht, dass ich was verpennt habe. Unsere Elementmagierin gehört zu dem Rüstungstyp Leicht. Da ich eine Schneiderin habe, die auch im leichten Bereich ist, ist es perfekt, weil wir können uns so einmal Rüstung herstellen. Ein paar Waffen können wir uns herstellen, weil ich eine Waffenschmiedin habe. Ich habe mit dem Schneider, können wir uns Klamotten herstellen, aber auch Taschen, die wir dringend brauchen, um einfach mehr Kapazitäten in unserem Inventar zu haben. Aber dazu später. Ich erstelle die jetzt erstmal und das siehst du dann ein bisschen mit Musik in Ruhe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt habe ich den Charakter erstellt. Das ist die wunderschöne Hübsche. Ich finde sie mega hübsch. Wir werden sie natürlich irgendwann mal dann auch nochmal umstylen. Dann kriegt sie nochmal eine andere Frisur und so weiter und so fort. Aber jetzt müssen wir unsere persönliche Story noch so ein paar Zusatzinformationen auswählen. Und zum einen ist hier, ich studiere alle Elemente. Durch den Edelstein, den ich trage, zeige, zeigt meine Hingabe zum Element. Also der Edelstein, den wir tragen, zeigt die Hingabe. Die haben natürlich alle ein bisschen anderes Aussehen. Das kann man natürlich jetzt nicht genau sehen, weil es so weit weg ist. Aber es gibt Wasser, Feuer, Erde, Luft. Ich würde bei ihr diesmal Luft nehmen. Und ich glaube, ich muss die Lautstärke nochmal runter regeln. Das ist echt ein bisschen laut. Dann, auch schwierige Situationen meistere ich mit Charisma, Würde, Wildheit. Ich würde mit Charisma machen. Meine wichtigste Eigenschaft ist die notwendige Stärke, um uralte Feinde zu besiegen. Schleue, um die Geister zu beschützen. Intuition, um die Nebel zu bewachen. Das ist jetzt interessant. Ich würde sagen Stärke. Und dann bei einem festlichen Bierrat neulich in Hülpöp. Bin ich in Ohnmacht gefallen? Ich glaube, das wäre nicht so. Bin ich in einen Kampf geraten? Habe ich Erbstücke verloren? Also in Ohnmacht wäre ich nicht so gestalten. Ich glaube, ich nehme das ja. Dann, als ich noch sehr klein war, hatte ich eine Vision. Ein Geist der Wildnis sprach zu mir und bot mir seinen Schutz an. Dieser Geist war entweder die große Bärin, die Schneeleopardin. Da gibt es dann halt auch immer noch hier so eine kleine Geschichte zu. Die werde ich mir dann auch noch gleich durchlesen mit dir. Der Wolf, der Rabe. Ich tendiere zu diesen beiden. Und zwar die Schneeleopardin ist heimlicher, heitere Geist. Sie lernt uns Unabhängigkeit, statt strategische Fitness und die Kühnheit der Gefahr ins Gesicht zu lachen. Okay, was ist der Wolf? Hat halt da sein Rudel hinter sich, verleiht Tugende, Loyalität, Wildheit und Stärke in der Gruppe. Ich glaube, ich würde zur Schneeleopardin tendieren. Und ja, jetzt müssen wir uns nur noch einen Namen aussuchen. Wichtig an hier an dieser Stelle, ich spiele nicht mit der kostenlosen Version. Die kostenlose Version bringt bestimmte Grenzen mit sich. Man hat bestimmte Sachen nicht, die ich habe, weil ich mir die Erweiterungen gekauft habe. Aber alle wichtigen Links zum einen, was die ganzen lassen können, zum Beispiel Mesmer, Wächter und so weiter und so fort oder den Elementarmark. Ja, da habe ich dir einen Link reingepackt. Dann auch, wo du das Spiel kostenlos runterladen kannst. Das ist durchgehend kostenlos. Du hast halt bestimmte Einschränkungen, kannst es aber durchgehend kostenlos spielen. Wo du die Erweiterungen kaufen kannst, was die aktuell kosten, ist auch alles in der Videobeschreibung. Ja, ich habe mir das Spiel selbst gekauft. Ich habe das nicht irgendwie gesponsert bekommen und freue mich sehr, mit dir da jetzt durchzustarten. Jetzt fehlt nur noch unseren Namen für unsere Liebe. Und ich dachte an Soraya Star. Und lasst mich noch mal kurz auf meinen kleinen Zettel schauen. So, genau. Ich werde dir jetzt den Anfang zeigen. Wir haben den Charakter erstellt. Ich habe dir ein bisschen was erklärt. Du findest die Links in der Videobeschreibung. Schau gerne vorbei. Namen haben wir. Ich hoffe, das funktioniert, dass wir jetzt direkt losstarten können. Und dann klicken wir weiter. Es scheint zu funktionieren. Vorab, da kommt jetzt so eine kleine Geschichte. Ich bin Norn, geboren im wilden, freien Zittergipfelgebirge. Mein Leben ist die Jett. Im Norden bekämpfte mein Volk unseren Erzfeind. Yorma, einen Drachen von Frost und Schnee. Der Drache brach unseren Stolz. Nicht aber unseren Kampfgeist. Kurz vor unserem Ende sprachen vier Geister der Wildnis zu uns. Bären, Rabe, Schneeleopardin und Wolf. Sie riefen uns südwärts, fort vom sicheren Tod. Wir errichteten die große Halle von Holbrack und suchten uns neue Jagdgründe. Manche raten vom Kampf gegen Yormaq ab. Ich sage, das größte Wagnis ist es, nichts zu wagen. Eines Tages wird ein Held uns heimführen und den eisigen Griff des Drachen brechen. Ich wurde im Feuer des Kampfes geboren. Mein Geist wurde geschmiedet wie Stahl. Wie meine Ahnen vor mir, strebe ich nach Ruhm. Eines Tages wird mein Platz unter den Helden der Norm sein. Meine Stärke ist ein Geschenk der Geister der Wildnis. Damit kann ich die Flut aufhalten und Berge versetzen. Ich überwinde alles, was mir im Weg steht. Ich bin noch unerfogt, doch meine Taten haben mir schon Freundschaft und viel Respekt eingebracht. Jedes Jahr wird in Holbrack eine große Jagd veranstaltet. Nur die Besten werden eingeladen. Ich werde mit Macht Trophäen sammeln und mich beweisen. Dann trinke ich und prahle mit meinen Siegen. Ich nehme die Herausforderung an. Ich genieße sie. Kommt Gefahr und Abenteuer. In den Hütten und Hallen meines Volkes wird meine Stärke mich unsterblich machen. Das ist meine Geschichte. Ja, das war die persönliche Geschichte und jetzt geht es los. Die Ladebildschirme, ja, wir haben das Gefühl, also die Familie von meinem Freund und ich, dass das immer irgendwie ein bisschen länger dauert, als es sein müsste. Ja, was das Coole ist, du bekommst jetzt direkt so eine Einleitung. Wie du dich fortbewegst, wie du dich mit der Maus bewegst. Du hast hier die Tasten W, A, S, D. Und mit W bewegt sich der Charakter vor. Ich habe mir das ein bisschen umgestellt. Mit A läuft er nach links, mit S nach hinten und mit D nach rechts. Genau, das können wir dann einfach wegklicken. Ich habe mir das alles immer ein bisschen größer gezogen. Ich hoffe, dass das jetzt auch ausgeblendet ist. Die Karte habe ich mir größer gezogen. Du kriegst tägliche Belohnungen. Ob das in der kostenlosen Version ist, weiß ich allerdings nicht. Das sind halt dann auch die täglichen Aufgaben, die wir dann machen. Aber das machen wir alle später, das zeige ich euch. Ja, und zwar laufen wir jetzt mit W nach vorne. Und die Maus mit der lenke ich. Ich drücke dabei die rechte Maustaste und kann dann einmal bewegen. Und du siehst, sie bewegt ihren Kopf mit. Und nachdem, wo ich hinlenke, läuft sie dann auch. Wenn ich die linke Maustaste klicke, kann ich so gucken, ah okay, ist vielleicht jemand irgendwie hinter mir, will mich angreifen. Wenn ich zum Beispiel irgendwas abbaue, weil wir müssen ja auch Ressourcen sammeln und alles. Und so können wir halt, das zeigt er dir dann hier auch nochmal. Also es ist eigentlich, so ganz blöd gesagt, Idioten sehe ich, du kannst eigentlich nichts falsch machen. So, und dann haben wir hier unseren Kompass, wie ich ihn so schön nenne. Und da steht da nur, was wir machen müssen. Zudem, wenn du hier drauf gehst, leuchtet hier in der Karte, ich suche mir mal gerade dann auch so einen Stern. Und den Stern hat jetzt die Tora über ihrem Kopf. Mit F sprichst du sie an. Dann wirst du so in einen Dialog verwickelt. Den hören wir uns jetzt immer an. Irgendwann habe ich das immer übersprungen, weil ich das dir ja von Anfang an alles zeigen möchte. Aber natürlich, sagt mir einfach, was ich tun soll, und dann tretet beiseite. Jagt die wildesten Tiere, die ihr aufspüren könnt, und holt euch Trophäen von ihnen. Die Besten präsentiert ihr dann Ido dem Gerber, um euren Wert zu beweisen. Wer die beste Trophäe hat und am tapfersten ist, wird zur großen Jagd eingeladen. Knut Weißbeer meinte, die diesjährige Veranstaltung dürfte eine der gefährlichsten werden. Ich habe gehört, dass selbst die berühmte Erste Galkin teilnehmen könnte. Ich freue mich darauf, beide zu beeindrucken, nachdem ich mir meinen Platz bei der Jagd verdient habe. So, jetzt zoomen wir hier einmal mit dem Mausrädchen zurück und sehen jetzt, ah, guck mal, hier sind wieder Punkte. Zu denen müssen wir jetzt hin. Wie gesagt, rechte Maustaste kannst du gucken, als auch direkt in die Richtung laufen will. Lauf uns einfach mal. Du siehst jetzt hier, wir haben so einen grünen Bereich und die Punkte, beziehungsweise Der Wendbewerb wird von Jahr zu Jahr jünger und härter. Es soll diesmal ein ganz besonderes Jagdtalent geben. Gut, ich würde sagen, wir gehen erst mal da unten hin. Da siehst du auch schon, also alles, was rot markiert wird, wird dieser Was bist denn du? Ein Bulle. Geht aus sowieso ein Binotaurus. Und den müssen wir jetzt angreifen. Wir haben Haben wir einen Dolch? Ja, wir sind mit Dolch unterwegs. Das finde ich sehr cool. Und mit der 1 siehst du, was für Fähigkeiten du hast, was die Waffenfähigkeit ist. Und Q bei mir, das ist normalerweise die 6. Habe ich aber umgelegt, damit ich schneller dran komme. Ähm, ja. Ist die Heilung, falls du ein bisschen knapp im Leben bist. Alles, was rot ist, greift dich üblicherweise direkt an. Was gelb ist, so wie der Elch jetzt, greift dich nicht direkt an, außer du provozierst ihn. Das kann ich dir jetzt mal in diesem kleinen Ding da zeigen. Ich drücke jetzt die 1. Und dann macht sie sowas. Und wir müssen jetzt ein bisschen hier verneinern. Jetzt kommen sie natürlich alle. Das mit dem Ausweich, dass sie eine Rolle nach hinten hat, gerade durch den Maus und zwei Tasten. Kann ich dir gleich auch mal reinzeigen. Genau, den haben wir jetzt. Jetzt müssen wir wieder nach oben. Und dann, das ist jetzt rein theoretisch so die Einleitungsstory. Du lernst das so ein bisschen kennen, weißt, da kommst du her, da hast du deinen Ursprung. Kriegst also ein bisschen erklärt, worum es geht. Und die Noren, finde ich persönlich, haben, ja, eigentlich so die beste Story. Meiner Meinung nach, jeder hat da seinen An. Und das Coole ist, du bist halt auch mit anderen Spielen hier drin. Die machen dasselbe in dem Sinn. Du kannst dann da zusammen rumkämpfen und rumrennen. Du kannst dich auch in eine Gruppe einladen. Aber jetzt hören wir uns das erst mal an hier, was der junge Mann oder die junge Frau möchte. Seid mir gegrüßt. Ich bin der Lederer hier. Ido mein Name. Ihr erlegt sie, ich stopf sie aus. Trinken, singen und prahlen. Herrlich, so ein guter, altmodischer Bierrat. Andere heben sich das Feiern für Feiertage auf. Aber ich sag immer, jeder Tag, den man am Leben ist, muss gefeiert werden. Hey, Knut, seht euch diese eindrucksvolle Trophäe an. Sie ist der großen Jagd würdig, sag ich. In der Tat. Ihr seid geübt genug, eure Beute zu besiegen und klug genug, ihre Geister zu verehren. Ihr habt es verdient, dieses Jahr an der großen Jagd teilzunehmen. Ich habe eigenhändig Isomir hierher gebracht, den mächtigen Wurm. Er wartet oben auf dem Plateau auf jemanden wie euch, der ihn zum Kampf fordert. Die große erste Galkin bewacht ihn, bis die Jagd beginnt. Wenn die Zeit gekommen ist, werdet ihr mit den anderen zum Plateau oberhalb des Tals ziehen. Dort werdet ihr euch Isomir stellen und ihn besiegen, wenn ihr könnt. Das kann ich und das werde ich. Dort wird meine Legende beginnen. So, das haben wir angehört und die ganzen Grünen, das sind die NPCs, meine ich, oder NCP, NPC, keine Ahnung, du weißt was, wie bei Sims zum Beispiel. Ja, wir haben jetzt hier wieder auf der Karte den Pfeil, was wir jetzt machen müssen. Das kriegen wir aber auch hier oben angezeigt und zwar müssen wir begleitet Gary keine Ahnung, wie der heißt, sorry, auf den Kursen Jagd. Dann würde ich sagen, gucken wir, wo wir hin müssen. Wir müssen hier irgendwo lang. Und es ist halt viel mit Tieren auch und das Coole ist zum Beispiel als Waldläufer kannst du dir Tiergefährten dazu zählen. Das werde ich dir dann später auch irgendwann mal zeigen. Wie gesagt, du guckst immer auf der Karte hier, wo du lang musst. Du kannst dir die auch reinzoomen, da ich aber gerne ein bisschen weiter aus dem Bild bin. Du kannst dir die Charakterin auch ranzoomen. Kann ich sie dir auch nochmal zeigen. Ich finde sie echt nicht. Sie ist vielleicht ein sehr markantes Kinn. Aber wie gesagt, man kann das alles nochmal nachträglich bearbeiten. Da musst du zwar entweder Schwarzlöwen-Gekürchen in die Hand nehmen oder dann halt Diamanten, die du dir mit Echtgeld käufst. Das aber alles später, wenn wir dann so weit sind. So, wir mischen jetzt hier hoch. Und den müssen wir jetzt begleiten, scheinens. Oder auch nicht. Vielleicht sind sie auch schon oben. Die Leopardin verleihe euch Eile und Anmut. Das ist lieb. Dankeschön. Möge der Rabe euch klaren Blick verleihen, die Weisheit zu verstehen. Der Rabe. Also wir haben hier Geistertiere hier im Hübock. Das ist unsere Heimat, wo wir aufgewachsen sind. In den Augen des Wolfes sind wir alle Geschwister. Ja, das stimmt. Finde ja irgendwie alle. Wie gesagt, die erste Folge kann ein bisschen länger werden. Weil das ist ja alles so, man muss bis reinkommen. Ich muss reinkommen. Das ist ja wieder was anderes, weil ich privat spiele und jetzt hier noch die ganze Zeit reden muss. Oh, wir sollten aus dem roten Kreis raus. So. Jetzt, da schon zwei da sind, ist das natürlich perfekt. Wir können jetzt hier direkt loslegen. und wir hauen da jetzt drauf. Wir müssen uns so, uh, direkt mal weggeflogen. Unsere Bösen, da wir Deutsch haben, dass er auf dem Nahkampf ist. Und wir haben ihn geschickt. Müssen wir halt näher rein. Du kannst Fernkampf als auch Nahkampf, würde ich auch immer empfehlen, zwei Waffensets mit dir zu tragen, wenn du dann das freigeschaltet hast. Es kommt alles nach und nach. Wir können bis Level 80 leveln. Jetzt kommt wieder ein Video. Was für eine Jagd. Ich habe von eurem Sieg gehört. Sehr beeindruckend. Danke. Es war ein harter Kampf und ich bin auf meinen Anteil daran stolz. Ein hervorragender Beginn eurer Legende. Wisst ihr, viele Leute hier haben Probleme, die gelöst werden müssten, Bezwingerin. Jemand wie ihr könnte da eine große Hilfe sein. Wenn ihr eure Fertigkeiten nutzt, verfeinert ihr sie und eurem Ruf wird es sicher nicht schaden, wenn ihr anderen helft. Denkt an den Ruhm. Ich werde diesem Problem nachgehen und sie lösen. Dann sehen wir, wie meine Legende wächst. Das war jetzt der Beginn, den du kriegst. Wir kriegen dann die Großjagd, wurde abgeschlossen. Du kriegst eine Belohnung, kriegst ein bisschen Münzen und kriegst Erfahrungspunkte, die hier dein Level putschen, damit du Level aufsteigst. Das nehmen wir jetzt an. Siehst du, wir sind direkt im Level weiter gestiegen. Das taucht dann immer hier auf. Ob jetzt Level, irgendwelche Druhen, musst du immer mal drauf achten. Vor allem relativ schnell öffnen, denn irgendwann, meiner Meinung nach, gehen die weg und dann hast du leider die Sachen verloren. Und Level 2 ist Heldenübersicht freigeschaltet. Die ist hier oben. Die kannst du mit H öffnen, da gehe ich gleich auch drauf ein. Du kannst Werte erhöhen. Und zwar, Kraft erhöht sich, den Versuch verholt, die ganzen Werte auf den Waffen. Kraft, Präzision, Wildheit, Zähigkeit, Vitalität usw. und so fort. Und das erhöhst du halt damit. Dann Waffenfertigkeit 2 freigeschaltet. Das nehmen wir wieder an. Und dann siehst du, neue Klassenfertigkeiten freigeschaltet, Edlerüstung, persönliche Geschichte freigeschaltet. Allerdings können wir die erst ab Level 10 starten. Das heißt, wir erkunden jetzt unsere Heimat. Die kann ich dir mal zeigen. Per M. Wenn wir mal jetzt mal hier schließen. Siehst du die Karte? Du siehst, bei mir ist die riesengroß durch meine ganzen Erweiterungen, die ich habe. Und auf der Karte wirst du immer mit so einem Kompass angezeigt. Und du siehst hier, Hörlbrock ist ziemlich groß. Wir haben hier ein Gebiet, was wir jetzt als erstes in Ruhe abschließen werden, uns erkunden. wie du siehst, wir haben verschiedene Punkte, die zum Kartenabschluss führen. Und zwar brauchen wir Panoramen. Wir brauchen Heldenpunkte. Da kriegen wir unsere Spezialisierungen her, unsere Fähigkeiten. Wir müssen Herzchenaufgaben machen, die Leute unterstützen. Wegmarken, zu denen wir uns dann teleportieren können. Und wir haben Sehenswürdigkeiten. Das sind so Punkte auf der Karte wie der hier. Die geben dann bestimmte XP. So, wir machen wieder M. und sind jetzt hier, da ist auch einer gerade aufgestiegen. Ja, ich gehe wieder raus, damit wir mehr sehen. Das ist so der Eingang von der Wegmarke. Wir haben jetzt hier links direkt einen Punkt und eine Wegmarke. Da ich die Reittiere habe, ist das natürlich alles ein bisschen leichter, wenn das irgendwo hoch ist. Da kannst du dann direkt auf den Springer, zum Beispiel auf den Hasen oder du gehst auf die Himmelsschuppe. Aber ich werde in den ersten paar Folgen nicht die Reittiere mit einbeziehen. Denn in der kostenlosen Version hast du keine Reittiere. Deshalb werde ich das ohne Mann. Ich werde mir aber hier mal den Raptor reinlegen. Aber jetzt gucken wir erst mal, wo dieses Panorama ist. Oft kannst du das schon sehen, ist es da. Und wir müssen nach Irbin. Na, dann gucken wir mal, wie wir da hochkommen. Ja. Hm. Ich denke, wir müssen irgendwie auf das Haus. Ich laufe jetzt mal rechts lang. Wie gesagt, da ich das Spiel schon über ein Jahr habe, dementsprechend auch schon lang die Reittiere. Ist das immer wieder eine Erfahrung pur, da hoch zu kommen. Genau. Was ich auch noch habe, ist der Kleidschirm. Das zeige ich dir dann auch gleich mal. Der lässt mich gleiten. Den hast du auch nicht bei der kostenlosen Version drin. und ja, jetzt muss ich mal gucken, wie wir hier hochkommen. Kommen wir hier schon hoch? Nö, schade. Fertig auch hoch. Ja, hast du es gesehen? Da war ganz kurz der Kleidschirm da. Ja, trotzdem kommen wir hier nicht hoch. Der öffnet sich halt immer, wenn du ein bisschen schwebst. Da kommen wir von hier drinnen hoch. Oder man muss von irgendwo drauf springen. Ja, guck, da geht's schon los. Wie komme ich ans Panorama? Dann gucken wir erstmal nach dem Punkt, wo der ist. Der ist oben. Okay. Dann können wir vielleicht runtergleiten. Dann gucken wir jetzt einfach hier mal auf den Weg. Gucken, was wir machen. Das geht ja schon gut los. Voll der Vorführereffekt. Und es funktioniert nicht. Wie gesagt, alles, was eine gelbe Schrift hat, greift dich nicht direkt an. Außer du greifst es an. Dann greift es dich natürlich auch an. Guild Wars ist ein MMO. So ein Mehrspieler braucht ein Einzelgänger. Du bist auf einer Karte mit ganz viel anderen Spielern. Und ja, Hauptsprache ist eigentlich Englisch. Aber es gibt auch welche, die schreiben in Deutsch. Du wirst auch jemanden haben, der dir auf Deutsch antwortet. Hier sind jetzt zum Beispiel drei Spieler. Und dann würde ich sagen, düsen wir einfach mal hier runter. Und gucken einfach. Da ist wieder eine Rei. Hier wäre das erste Herz. Ich würde sagen, wir machen das einfach. Du hast jetzt hier oben das Stehen und das zeigt dir dann in der Karte an, wo das Herz genau ist. Und da steht auch, was du machen sollst. Findet die versteckten Rabeneier und bringt sie zu den Horsten zurück. Bezwingt die Skälke und zerstört ihre Nester. Wie gesagt, lesen Sie sich meine Stärke. Hier ist jetzt schon ein Ei. Das heben wir jetzt mit F auf. Das haben wir jetzt hier. Über I kommst du in dein Inventar. Das ist meine tägliche Belohnung. Da kriege ich Lorbeeren. Wir haben jetzt direkt zu Beginn einen Anfängerrucksack. Der hat 20 Plätze und wenn du die kostenlose Version hast, hast du zwei weitere Plätze, die du belegen kannst. Da ich die freie Version habe, mir die Erweiterung gekauft habe, habe ich vier weitere Plätze. Und den können wir gleich eigentlich einlösen. Über H öffnest du dein Hellmenü. Da findest du eigentlich alles Wichtige. Hier unter diesem Rüstungssymbol, Ausrüstung, Garderobe, Kleidungszeiten, Farben, Reittiere, alles mögliche. Hier kannst du dann dein Bild herstellen mit Fähigkeiten. Hier sind die Hellenpunkte drunter. Dann hier Geschichte, Einges, wo du siehst, ich habe ein paar Staffeln. Erfolge kannst du einiges nachholen, machen, tun, was du für siehst. Ich bin hier schon ein bisschen hoch. Und du hast die Beherrschung. Ab Level 80 sammelst du Beherrschungspunkte, die du dann levelst. Und unter Rüstung kannst du dir ja auch ganz verschiedene Sachen dann herstellen. Und wir gehen jetzt mal auf Ausrüstung. Da siehst du dann unsere Maske. Die haben wir jetzt hier eingeblendet. Das Ding kannst du leider nicht größer ziehen. Wir haben hier unser Hemd, unser Röckchen, unsere Stiefel, unseren Dolch, unser Messer, ja gesagt. Und wir haben einen Dolch. Du kannst das hier einfach ziehen. Du kannst auch eine Zweithand, wann aber das ist jetzt der Schloss. Das ist noch nicht freigeschaltet. Wir haben jetzt die stärkere Waffe. Du siehst es anhand Waffenstärke. Einmal haben wir mehr. Die war 108, die alte. Bis 114 ist rot. Und das, was jetzt besser ist, wird in grün angezeigt. Wir haben eine Waffenstärke von 115 und 122. Also bis 122, so gesagt. Wie gesagt. Genau. Dann auswählen können wir noch nichts. Bei manchen Waffen gibt es das. Du hast hier halt alles mögliche aufgelistet. Kritischen Schaden, Kraft, wie viel du hast, Zähigkeit, Lebenspunkte, wie viel du aushältst, wie viel Leben an sich du hast. Da haben wir im Moment 450. Aber wie gesagt, ich gehe da alles nochmal in den nächsten Videos mehr drauf ein. Da haben wir wieder ein Ei und wir laufen uns einfach hier rum. Die Eier glänzen so ein bisschen und sammeln die Eier. So, haben wir hier hinten noch was. Genau. Die müssen wir jetzt kaputt machen. Die Dinge. Wie gesagt, wenn wir das klicken, dann hat es das hoch eine nervt, tut es mir leid. Aber ich bin nicht so der Spieler, der das mit diesem automatischen Ding reinmacht, wobei das aktiv ist. Ich drücke da lieber 40.000 auf die Tastatur, weil es mir mehr Spaß macht. Da war wieder ein Ei. Jetzt siehst du, wir machen hier einen Fortschritt und kriegen Punkte. Ja. Da haben wir jetzt was gekriegt. Dann hier ist noch was. Chips. Glänzt hier noch irgendwas auf dem Weg. Hier ist noch so ein Gebietstyping. Wir haben auch schon zwei. Da spuckt sie Feuer. Oh, du siehst halt immer. So, einmal aufheben. Bei mir, die Sachen, die jetzt hier auftauchen, sind Blut. Das hat mir ein Tier abgeworfen. Über I kommt es wieder in den Inventar. Und ja, hier haben wir schon die Eier, unser alter Dolch und unser Blut. Hier haben wir den Raben. Da können wir kommunizieren. Ihr lebt auf einem Berg und doch könnt ihr mich in der Hand mich in der Hand halten oder über mich laufen. Ich werde euch überleben. Nehmt meinen, nennt meinen Namen. Ein Stein. Hm. Das ist wieder so die Intelligenztest. Da mache ich jetzt erst mal nichts. Nett, da ich da jetzt mich voll blamiere. Ja, wie gesagt, du hast hier, da hinten ist auch noch ein Ei. Das holen wir uns doch. Dann gehen wir wieder weiter runter beziehungsweise ich glaube, wir müssen eh Richtung Herz hier hoch. Genau, da ist der Händler. Wenn man dann das Herz abgeschlossen hat, kann man bei dem Händler sich bestimmte Sachen kaufen. Das werde ich dir dann gleich zeigen. Wir legen das jetzt erst mal hier ab. So, jetzt brauchen wir nur noch ganz, ganz bisschen und dann haben wir das abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob wir da hoch auf irgendwas liegen haben. Da ist ein Ei. Da sind zwei Eier. Die brauchen wir auch. Genau. Wie gesagt, ich muss da selbst erst mal gucken, wie ich das mache. Ich hoffe, bisher gefällt es dir. Du kriegst so ein bisschen Eindruck. Genau, begleiten. Ja. Wie gesagt, normalerweise möchte ich die ersten paar Folgen ein bisschen laufen. Wenn ich aber ein Gleitschirm habe, verleiht das eine dazu mal, den Gleitschirm zu benutzen. Wir haben hier noch ein Ei und da. Ich glaube, wenn wir das jetzt in diesen, in das Ding hier legen, in den Rabenhorst, haben wir unser Herz abgeschlossen. Genau, wir haben unser Herz abgeschlossen. Das macht dann einmal so Wumm im Bildchen und du kriegst direkt eine Nachrichtung, dass du einmal das Herz abgeschlossen warst. Der Rabe hat gesehen, wie ihr euch um seinen Schar, um seine Schar gekümmert habt. Er ist erfreut und beeindruckt von eurem Vertrauen. Kommt gerne jederzeit wieder dort, damit ihr euch mit den Früchten von Segen des Rabens beschenken könnt. Okay, wir kriegen einmal Karma. Da können wir uns Sachen von kaufen, ob jetzt Rüstung, Gegenstände, alles später dann. Wir kriegen wieder ein paar Münzen und wir haben den Händler hier freigeschaltet. So, angenommen, wie so Münzen und Karma geht alles automatisch in die Geldbörse, über i-Inventar. Seht ihr das hier, ich habe schon ein bisschen was an Karma, habe auch schon ein bisschen Gold. Immerhin spiele ich seit einem Jahr. Den können wir wieder ins, ah ne, das wollte ich euch später zeigen, genau. Oh Gott, ich bin so nervös. Ja, wir sind wieder aufgestiegen, haben jetzt einen Beutel mit vier Plätzen gekriegt. Wow. Vielen Dank, Spiel. Und zwar haben wir in dem Sinn das Inventar jetzt in dem Sinn freigeschaltet, da zeigt ihr dir das auch an, wo das ist. Spieler gegen Spieler haben wir freigeschaltet, das ist PvP. Da werden wir auch irgendwann später mal reingehen. Dann nehmen wir den Beutel doch an. Neue Klassenfertigkeit freigeschaltet, ab Level 5, edle Ausrüstung, Level 6, persönliche Geschichte, ab Level 10, da zeigt er halt dann so, was die nächsten Schritte sind, was du kriegst. Heldenpunkte sind freigeschaltet ab Level 11. So, schließen. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir, irgendwie bin ich ein bisschen falsch gerade gelaufen, gucken wir bei dem Händler mal was der so schönes hat. Und da ich jetzt leider vergessen habe, wie viel Zeit wir haben, Totem des Raben, das ist ein Accessoire, kostet 63 Karma. Unser altes Schwert können wir verkaufen. Es gibt zwei Arten. Einmal kannst du im normalen bei Händler verkaufen, da kriegst du ein bisschen weniger. Oder du kannst beim Schwarzmarkt verkaufen, wo du auch Edelsteinsachen bekommst, Suskins, Waffen und sowas. Und das ist die andere Verkaufszone. Da kannst du auch verkaufen, siehst dann direkt, du kriegst einen mehr. Und das ändert halt je nachdem, was du hast. Es gibt ja auch verschiedene Waffenstufen, es gibt einmal Weiße, Blaue, Grüne, Gelbe, Orangene, Pinkene und so weiter und so fort. Und da kannst du halt immer gucken. Aber da kommen wir alles nach und zu, weil ich nicht genau weiß, ob der Schwarzlöwenmarkt für die kostenlose Version verfügbar ist, weil ich es direkt so gekauft habe. Deshalb kann ich den manches auch nicht beantworten. Das ist ein Totem für Zustandsschaden. Da ich mit ihr auch auf Kraft, Präzision, Wildheit, also Berserker, volle Power gehen möchte. Würde ich sagen, bringt uns das jetzt nicht so viel. Und ja, wir gucken mal hier oben, ob wir den Punkt können wir uns holen. Den Punkt, das einfach, ganz einfach, du läufst, einfach hin, wo der Punkt dir auf der Karte angezeigt wird und dann kriegst du hier den Fortschritt angezeigt. Wenn du jetzt M drückst, siehst du hier Wandererhügel zu 5% abgeschlossen. Wir haben ein Herz, zwei Wegmarken, einen Punkt schon geholt. Und der zeigt dir das halt auch immer so schön an, wenn du denkst, dass das Gebiet schon erkundet hast, zeigt er dir das an, wo das ist und du weißt dann genau, ah, okay, das fehlt mir alles noch. So, da ich aber jetzt auch nicht mehr genau weiß, wie viel Zeit wir haben, versuche ich jetzt noch mit dir das Panorama zu holen mit dem Gleitschirm. Dafür werden wir uns den Gleitschirm einmal zuteilen. Und doch hier. Ich bin so nervös, schlimm. Genau, ich habe mir verschiedene gekauft, schon Gleitschirm, die gibt es auch im Kombo, dass du die auch so als Rückengegenstand nutzen kannst. Wir nehmen jetzt die einfach mal und wir müssen jetzt irgendwie da rüber kommen, damit wir da hochkommen. Es wird spannend. Geht natürlich nur, wenn du ein Gleitschirm hast, sonst hast du ein bisschen Pech und dann immer kleine Sprünge, Schritte machen, sonst fällst du rucki zucki runter und wir stand ein bisschen dort. So, ein bisschen Springen immer, wenn du jetzt F drückst, kriegen wir den Rundumblick von diesem Panorama und das sieht so jetzt aus. So, das war das Panorama. Da kriegen wir wieder XP, ob jetzt Punkt, Panorama, Wegmarke, Herzchen, wir kriegen immer ein bisschen XP, damit wir unser Level hochpinnen und wir brauchen insgesamt 2379 Erfahrungspunkte, damit wir zum nächsten Level kommen. Würde ich sagen, für die erste Folge machen wir jetzt hier einen Cut und ich hoffe, es hat dir wirklich gefallen, du freust dich auf weitere Folgen, ich bin mega gespannt, mich freut's so und ja, ich würde sagen, unsere Soraya bleibt jetzt hier oben stehen, vielleicht nehme ich im Anschluss schon die nächste Folge auf und es wird immer einmal die Woche eine Folge kommen. Auf Instagram habe ich ja eine Abstimmung gemacht, je nachdem, wie das Ergebnis ausgefallen ist, das kann ich dir jetzt leider noch nicht sagen, wird dann die Folge kommen, dann wirst du auf Instagram informiert oder im Discord-Server. Da findest du den Link wie immer in der Videobeschreibung. Wie gesagt, das ist auf Sims-Basis mäßig der Discord-Server, aber da möchte ich jetzt so langsam Guild Wars einklernen, dass der auch so seinen eigenen kleinen Bereich bekommt. Und ja, es freut mich sehr, wenn es dir gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, kannst du das gerne mit einem kleinen Däumchen signalieren oder schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich lese super gerne die Kommentare, wenn ich nicht immer zu jedem antworte, aber ich lese sie alle und freue mich immer sehr darüber und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit einschaltest und da würde ich sagen, sehen wir uns. Tschüss.